Nicht gut, ich bin in der Todeszone. Jetzt bin ich gestorben. Und wir dürfen das alles nochmal machen. Wie kann ich helfen? Yes, Abil. Fair enough. Yes? Be direct. Ja? Ja? Mani, erst furchtbar. Hi there. I am yours to command. Ich muss aber gerade gucken, was macht eigentlich der Zauber hier? Na, ich wollte ihn nicht austragen. Ah ja, äh, doch, den sollte ich, den sollte ich, äh, benutzen, nicht austragen. Also, er ist nochmal von vorne. Das hier, das hier. Das hier. Das kommt später. Ja? Oh, ach ja, äh, besser öffnen. Den, so wie Kulia. Äh, bä, 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 bä. Ich muss mich nicht erinnern. Oh, ach ja. Ich muss gleich einen Quicksafe zwischendurch hier reinschieben. Gut. So. So, gut, hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. So, dann erstmal die beiden Abi Scheiß wieder weg. Aus aus der Feuerzone. Wobei, ich sollte nicht auf ihn schießen. Ach stimmt, sie hat ja immer noch keine Heiltränke. Toil Dawn ist wieder festgefroren. Das ist das Geheimnis der Kaelas Kruse. Ich versuche mal, Kael auf meine Seite zu schieben. Das war uns hervon dann weg. Ich versuche mal, Kaelas Kruse. Ich bin für dich, resiste mich. Ich muss etwas anderes sagen. Halt! Warte, auf! Geheimnis! 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 Ich freue mich auf das! Geheimnis! 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 Oh, Dawn ist verhexed. Oh, irgendwer ist jetzt richtig tot. Okay, sagen wir so, mit Kayla, auch wenn es gegen meinen Charakter widerspricht, aber ich möchte diesen Kampf einfach schaffen, ist es einfach gegen Kayla. Hm. Wie kann ich helfen? Oh. Oh. Ja, ist jetzt mal raus aus dem Feuer wieder. Und ihr merkt, ich konzentriere mich teilweise sehr bei diesem Kampf Lera, schlag mal ne Bresche in ihn rein Kann ich immer noch keine Bresche auf ihn anwenden? Nein Kann ich irgendwas gegen ihn einsetzen? Ich bin der Zeit, das kann nicht sein, das kann nicht sein Das kann nicht sein Ja Was? Ja, Vikonia liegt tot in der Gegend rum Jetzt müssen wir warten, bis die Verwirrtheit nachlässt auf mir und... Wem nochmal? Ich kann es kaum glauben, was ich getan habe, jedes Opfer, das ich gebracht habe, alles um diesen Moment zu erleben Endlich seid ihr frei, Onkel Ich weiß nicht, was ihr getan habt, um dies zu erreichen, Kayla Ich weiß nicht, was ihr getan habt, um dies zu erreichen, Kayla Was auch immer es war, der Preis war zu hoch Sagt es ihm Kayla an ihm? Denn die ihm den Preis, den die Schwertkürze dafür zahlen musste, dass er aus Benefit's Clown befreit werden konnte Ich und meine Anhänger mussten einen hohen Preis zahlen Von denen, die mir im Weg standen, wurde er noch höherer verlangt Bin ich ohne Rolle, würde ich nochmal so handeln, ohne zu zögern Dann habt ihr nichts gelernt Wenn ihr nur einmal in eurem Leben gezündert hättet, einmal irgendwo auf dem Weg, wären vielleicht unzählige Leben verschont geblieben Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt Ihr klammert euch an die Gerechtigkeit, wie ein hungriger Wolf an ein Stück Fleisch, ohne nachzudenken Zweifel zu haben, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen Ihr könnt mich bewundern oder nicht, mir ist es einerlei Ich bin eine Agent, ich halte mich an die höchsten Richtlinien Ich weiß, was ich Böses getan habe, obwohl es dem Guten diente Ich muss mich für meine Verbrechen verantworten Und das werdet ihr, sobald wir dieses verdammte Inferno hinter uns haben, lasst uns gehen Göttliches Blut war der Schlüssel, das Portal von Drei und Spender von Avernus zu eröffnen Das Blut eines mächtigen Teufels wird es wieder verschließen Ihr nehmt diesen Schlüssel, er öffnet das Gewölbe von Drachenspeer Ich werde nicht nach Toril zurückkehren Was? Nein, Kayla, ich werde das nicht zulassen Ich auch nicht, ihr werdet nach Toril zurückkehren, Gebieterin, Agent Ihr müsst euch für eure Verbrechen verantworten Ihr würdet lieber an diesem verfluchten Ort bleiben, anstatt euch vor dem Gericht der Schwertküste zu stellen, Kayla, Agent Ihr fürchtet den Rat der Vier und die Fürsten von Tifas haben mehr als die Bewohner von Avernus? Sie hat euch an diesen Ort gebracht, Agent Sie ist diejenige, die die Horde von Bellefit fast auf Toril losgelassen hätte Ich kann mir keine passendere Strafe vorstellen, als dass sie den Rest ihres Lebens in dieser faulen Grube verbringt Nehmen wir die zwei Das Portal kann nur von dieser Seite geschlossen werden, jemand muss zurückbleiben Ich werde die Verbindung zwischen Avernus und Toril trennen und dann stehlen Wer, der die Grenze von Drachenspeer überdreht, wird erst Kalar, Agent Das Portal kann nur von dieser Seite geschlossen werden, jemand muss zurückbleiben Ich werde die Verbindung zwischen Avernus und Toril trennen und dann Wache halten Wer die Schwelle nach Drachenspeer überschreitet, muss erst mit Kayla, Agent 7h 7h 7h